Musik Ich spiele ein sogenanntes Kunstharmonium, das die unglaublichsten, wunderbarsten Klangwirkungen hervorbringt. Er sagt dann allerdings auch, allerdings ist das nicht so leicht zu handhaben, insbesondere das Treten ist etwas heiglich, wie weh man sagt. Herr Richli, darf ich Sie fragen, was ist ein Kunstharmonium? Es ist ein Instrument, das eine außergewöhnlich große Ausdrucksfähigkeit hat. Musik Im Nachlass von Schönberg hat sich ein Manuskript erhalten, das sehr wahrscheinlich zur Vorbereitung der Uraufführung in Berlin 1912 verwendet wurde. Was sagen Ihnen als Harmoniumfachmann, Harmoniumkenner diese Registrierungsanweisungen? Es kommt im Bass eine Fünf vor, die gibt es nur auf dem Kunstharmonium. Es werden die eckigen Kästchen um die Ziffern der Siegel verwendet, was Kunstharmonium typisch ist. Und es gibt Stellen, die vermuten lassen, dass die Doppelexpression zum Zug kam. Musik 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 Vielen Dank.